Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Runde Wahlheim. Mahlzeit Tschutschke. Mahlzeit Helmschkan. Trauen Sie und stauen Sie, wir besitzen einen Ofen. Ein Ofen, der mit Kohle betrieben wird, der nicht qualmt. Warum hast du das denn jetzt weggemacht? Mit Holzhülle betrieben. Mit Holzhülle betrieben. Und er macht keinen Qualm. Jetzt habe ich den schönsten wieder zugemacht und dann Tschutschkan es wieder kaputt gemacht. Weil du den einfach oben mit Dach zugestopft hast, den Kamin. Ja, ist doch nicht schlimm. Ist doch, kommt nix raus. Ja, das ist kein gutes Zeichen. Kann nicht funktionieren. Doch, doch. Wir haben ja noch nix, kann ja nicht funktionieren. So, okay, dann haben wir hier den komischen Tisch gemacht, den Table. Den haben wir da unten auch nochmal hingestellt. Weil wir mussten hier eine kleine Umbauaktion starten. Hier ist nochmal der Leuchte Kekstisch. Davon wusste du, weißt du, tut genau ja nix übrigens. Äh, weiß das jetzt. Wir haben nämlich schon grünes hier. Black Metal. Haben wir. Black Metal. So. Oh ne, frun dünn. Äh, hatten wir schon vor ne Zeit lang, diesen kleinen Kackern da, den Kobolden, wie die heißen. Am Rande der Plains haben wir das erbeutet. Am Rande der Plains haben wir das erbeutet. Ganz neun Stück. Haben wir die komischen Kobolde verkloppt. Dann haben wir welche denen abgenommen. So. Und ich glaube, lag noch was in der Kiste. Wir haben jetzt einen neuen Schmelzofen, denn nur mit dem kann man das Ding einschmelzen. Und dann musste ich hier die Dinger versetzen, weil der Herr Tschutschka hier nicht drankam. Da war ja alles furchtbar schrecklich. So. Und deswegen haben wir jetzt noch hier die drei, ja, die stehen auch noch da. Schweine haben wir noch, so, und an und für sich, ja, jetzt ist Nacht, das ist schlecht. Aber wir müssen eh dahin fahren, ne, oder können wir dahin pochten. Wohin wollten wir denn jetzt? In die Plains, ne? Mhm. Wir haben verschiedene Portale, die irgendwie in der Nähe, jetzt ist erst mal Attack, jetzt muss erst mal die ganzen Feuerschöne. Oh fuck. Jetzt ist erst mal Ham, Ham, Ham. Es ist hier etwas. Durch. Man, man, man. Schreit erstmal, ja. Wo ist Attack? Ist nix. Die killen jetzt erst mal rund um die ganzen Viecher, das dauert ne Weile, bis die hier ankommen. Wer ist denn da überhaupt? Riecht nach Sulfur, nach Schwefel, das werden die Feuerköpfe sein. Ach, da hast du ein paar Abnasen. Denk ich mal. Wenn du Feuerhainz. Be, five, four, five. Oh, noch nicht. Bam. Ich bin so blöd. Bam. Hahaha. Auf der anderen Seite, du musst gucken, wo die Ausrufezeichen sind. Oben schreit irgendwas wie blöde rum. Ah, da kommt der. Ganz weit im Süden sind da, weil sie sich kloppen sich ewig mit den anderen. Da kam das letzte Mal der Strand, da wurde das lange vorbei, der Event. Hier, ein großer Sulfur. Bleibt da stehen, dann hat es sich ausgesulfuert. Batsch. Ausgesulfuert. Hier ist schon mal Ende mit Sulfur. Geh mal einsammeln. Was ist denn da? Da ist ein riesen Fisch unten im Wasser. Der Fisch ist hier, Tschuschke. Kann ich ihm einen verpassen? Ich geh ihn holen. Er schwimmt weg. Er hat Angst. Ich weiss nicht, weil wir auf dem... Also das Event ist vorbei, aber wir auf der Wiese rennen noch diese Menge rum. Der Fisch ist abgehauen. Was denn für ein Fisch, um Gottes Willen? Na, die Seeschlange da. Das ist schade, da hätten wir die kleine Haupen jungen können. Ich seh die noch. Die ist hier. Äh. Ja, ich muss auch schon mal die ganze Feuerheilung schmecken. Ich stehe hier alleine noch 5 rumrennen im Moment. Leider sehr weit. Ach, hier sind alles voller Steine, Werke und Affen. Ich glaube, der Fisch ist weg. Fisch, 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 Fisch. Und 3 Scholzkohle immerhin. Da soll ich nix. So. So, jetzt seh ich keine mehr. Doch nicht. So, soll man nach der Seeschlange gucken? Ah, die musst du haponieren, ne? Kann man doch. Kein Problem. Alles da. Ja. Da dringend mal notwendig, dass wir da mal einen einfangen. Da wollen wir auf neue Rezepte. Eile. Wo ist sie denn? Wie? Hast du ja haponieren? Ja. Komme. Aber die brauchen halt einen Strand näher. Die schießt mir mit dem Pfeil. Hm, die bekloppte Steine mit der Gegenseite. Nee, hier. Bei uns. Ja. Das Skelett dort halt. Und angerückt. Also ich stehe ja nix. Ja, äh. In meine Richtung. Hier. Da. Ah, ich komme. Äh. Hüpf. Da müssen wir schon mit dem Schiff ausrücken. Oder abgehauen. Gimische Seeschlange. Da los. Hast du deinen Bogen dabei? Aber nicht mit der Nussschale. Großen. Alles klar. Öhöpp. Und dann geht's los. Ist verpariert. Zack. Lebelscheinwerfer anmachen. Zack. So. Los jetzt. Egal. Seit Zeiten. Da müssen wir die aber ganz schnell Richtung Land ziehen. geradeaus durchzu. Wir haben dich gefesthalten, ne? Siehst du da schon irgendwas im Wasser? Ja. Der war ganz nah. Da ist ein Fisch. Ah. Da kommt was. Da kommt was. Da kommt was. Da kommt vor mal Richtung Strand. Ich biege noch recht drum ab. Ja, sowieso. Ja, sowieso. Ja, sowieso? Ja, sowieso? Ja, ja. Ich biege ab. So langsam, dass ich die Akku'n kann. Ja, das ist so. Ich hab keinen Anker, den ich schon werfen kann, Kollege. Ja, jetzt kommt er. Aston? Ja. Jetzt muss ich an Land ziehen, oder was? Ja. Ja, ja, ja. Und hier. Ich hab' noch dran. Ich hab' noch dran. Weiß ich nicht. Aussteigen. Harpoon ist ab, glaube ich. Harpoon ist dran, ne, ne, ist dran, ist dran, ist dran. Hepp. So, hol' wir den. Ich geh'n. Ich hab' noch dran. Ja, ich muss jetzt mal dran kommen. Wir sind zwei Stück sind da. Oh. Ja, wie soll ich die denn killen? Dann laufen. Und jetzt ist er, äh, jetzt hab' ich sie released. Scheiße. Also ich muss lieber einkommen. Andere Seite vom Boot. Komm, äh. Scheiße, dass das Boot ja genau dazwischen ist. Absoluter. Ich hab's hier rüber gezogen, siehst du's? Ja. Hier. Ausdeuerte. Hör mal auf, bleib' stehen, bitte. Hau drauf, da. Ich kann nicht, äh. So ne, da weckt sich, es geht ja nicht. Ja, ich wär' halt gehauen hier. Und auch so mit Tod. Ne, von mehreren. Hau drauf. Nochmal. So, jetzt kannst du das mit Typen killen hier. Ich hab' ich hier irgendwie eingesammelt. Jetzt, wo ist die andere? Die hol' wir uns ohne. Ne, das war eine große Anstieg. Da liegt noch irgendwelche Krimskrams im Wasser. Bin ich wieder über Propaganda anheim gefallen. Ja, hoffentlich liegt nicht zu tief, nö. Na da. Na, die Schuppen brauchen wir. Die Schuppen brauchen wir, genau. Na, die liegt leider zu tief. Na, dann müssen wir einen Erbboten anheben. Dann musst du warten, bis Wellengang ist, dann gehst du hier rüber. Muss man einen Erbboten anheben. Wenn's liegen bleiben soll, dann müssen wir eine Werkbank hinstellen. Weil ich alle muss. Hast du noch was anderes außer so einer Scale? Da hast du eine Werkbank, so warte. Ja, hast du. Ja, hast du. Den Shit und den Shit. Und ich hab' auch noch was. Hepp. Mal den guten Klauen. Und. Wiegt ne Scheiße. Einen fucking Zentimeter zu tief, ja. Hast du hier deine Erdanhebeschaufel mit? Unfällig. Ja, sicher, sicher. Dann guck mal, ob das äh... Ne, ich geb die dir. Ich mach das bestimmt nicht richtig hier. Hepp. Da ist sie. Na, darf sein. Ja. Das will ich nicht abschreiten. Find das, ne. Da kann man nämlich gar nicht richtig. Hast du Steine, hast du drei Stück reichen die? Guck nicht. Direkt vor den Füß geben, oder? Ja, ja, ja. Das ist schon so. Guck, man muss weit vorkommen, ja. Mit dem Anheben. Wir müssen das Ding schlafen. Wir müssen das Ding schlafen. In den Plänen. Ja. Der ist, da ist es. Mach da jeweils ultra hässlich. Für einen so'n... Ja, das hat nicht funktioniert. Ja. Das ist sehr schade. Ich glaube, das bleibt unten liegen und da macht den Erdhaufen einfach drüber sozusagen. Gut, dann geben sie bitte das Ding wieder her. Nein. Er verschanduliert weiter. Nee, hier liegt sie. Tief ist es nicht mehr. Aber es reicht auch noch nicht, um so oft zu heben. Das ist so eine Scheiße. Weg. Ungeschickt. Dann musst du hin. Ich glaube, das Dachdorf musst du hingehen, wenn ein Wellengang ist. Ein Wellental ist hoch, aber das ist tief. Dann kannst du das aufheben. Das ist doch ganz einfach zu merken, hier wo das Ding liegt. Und der Knochen im Wasser. Das ist sehr schön markiert. Ich. Du hast die Knochen im Schuss. Ich. Du hast die Knochen im Schuss. Ich habe Fische gefangen. Das ist eigentlich gut. Ja. Ich bieb mal das Boot weg. Äh. Runter. Ja. Ich fahr bitte zurück. Ja. Da ist das lebende Unmut. Noch zwei Steine. Ich denke, ich spür das noch. Ich denke. Bitte warte, lass wir es da lang fahren, bevor du mir Grund unter das Boot hämmers. Oh. Das sogenannte Befuldungiert. O. Riechen. Böse, böse Befuldungiert. Lachen, aber macht laune. Ja, geht's. Oder fahrt voraus. Wie können wir denn jetzt Neues begriffen? Die Serpent scapes. Interessant. das ist aber weit weg sonst muss man so weit weg sind von der Küste vom Haus das sind nur Schale alles mit unserem Auftrag mach doch mal die Tür ja, 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 ja das war nicht ganz so gut die Skeltz mit beim Flint rein der Flint wird eh nicht die Serpent scale ja, hat es denn mit hier einmal mit meinem ist auch schon mal alles groß löschen erz sieben schöne Hülze DYR S them stay Da! Plümschen, 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 ja. Scholz, Scholz, Scholz-Kohle, worden die hier. Und, sagen auch, Ein-Aktion, Halleluja. Äh, Scheidenbreck. So. Halbster, hast du ne Hacke? Hast du ne Hacke? Was heißt da hast du ne Hacke? Hast du ne Hacke, oder was? Ja, schmeiß da deine Hacke wieder her. Was ist mit einer Hacke? Hast du ne Hacke, oder was? Oder nicht, oder was? Ja, Dankeschön. So bin ich, so bin ich. Was kam denn da aus deiner Hose, die Kulat hier? Müssen wir jetzt die Harpoon immer mitnehmen? Nee, auf dem Ozean nützt es uns nicht, ja. Ah, da hast du grad verloren. Kam aus deiner Hose raus, von der Tauchversuche. Hm, so riecht es da aber immer. Ja, das glaube ich. Hast du ne Hacke, waschen? Hast du ne Hacke gemacht? Die lagen im Boot drin. Ich bin im Boot eingestiegen, da lagen die drin. Wo ist die Kohle? Kohle, Kohle, Kohle. Kohle ist hier keine Kohle. Du bist am Essen die Kohle? Ja. Ja. Alter, das ist super. Wegen Baumsalat hier, Trophy. Hä? Wir haben auch damit hingedangen, wo ich eh nicht voll bin. Guckkohle. Aha. Ja. Die weltberühmte Guckkohle. Du kennst dich auch noch Szene. Ja, ja. So. Wie sieht denn aus mit Pfeile? Also ich hätte gerne schon 100 Pack Pfeile, wenn ich darüber fahre. Und zwar, richtig. Wo ist mein Drisszeug? Andererseits. So, jetzt gucken. Rezin, Gold, Glanz, Perlen, Pfeile, Clint. Wo ist denn Scheiß drin? Da Obsidian. Aber brauchen wir ja eine. Für die Obsidian Pfeile zu machen, brauchst du mit Federn und mit Scheiß. Oder ihre Menge dran. Obst du ja an Pfeile? Natürlich. Na gut. Dann denke ich die Feder wieder zurück. Machen wir gestern auch schon wieder. Oh, weiß ich doch nicht. Hab ich dir gesagt. Das ist ja auch nicht. Äh. Meist drin. Was ist denn? Ah, hier ist dann nichts mehr, ne? Hier. Ah, da. Gut. Zack. Eins, zwei, drei. Wie viel hast du denn noch von dem, äh, Wolfs-Wiederkäuer da? Ich hab 10. 10? 10. Habe ich auch 10? Und was machst du gerade? Würstchen oder was? So nimmst du. Bitteschön. Und Würstchen. Brauche ich noch ein paar. Ja, das machen wir halt schon mal. Da haben wir ja genug. Die Thermo da. Was brauchen wir da noch? Äh. Schweinebein und Distel. Ah, das haben wir eigentlich alles. Schweinebein und Distel. Das haben wir eigentlich alles. so. So. Wurst, 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 Wurst. Und eine halbe Wurst. Und jetzt geht's um die Wurst. Beine, Beine, Distel zurück. So, jetzt. Danke. Ähm. Pfeilen. Ready for take off. So, jetzt. Let's look at that shirt. Also. Ähm. Hast du mal die Karte aufgemacht? Ja, ne? Jetzt, ja. Äh. Schauen Sie mal direkt hier unten. Wir bräuchten einfach nur da runter fahren. Hier ist Schwarzwald. Und hier ist Planes, 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 Planes. Ja. Können wir von hier aus invasiv. Wir müssen nur einmal über mit mehr fahren. Ja, der Schwarzwald ist immer auch den, also müssen wir wirklich irgendwo hier so direkt hier unten. Ja, da irgendwo wo Platz ist. Ja, da irgendwo wo Platz ist. Wir können noch ein Schwarzwald angereinnt kommen. Ach. Müssen wir noch Portale umbenennen. Äh. Äh. Also. Müssen wir schauen. Weg. Drum stehen. Wir haben hier ein A-Portal. Funktioniert nicht. Gut. Dann haben wir ein B-Portal. Funktioniert nicht. Gut. Wir haben ein Y-Portal und ein Y-Portal. Und ein X-Portal haben wir noch, glaube ich. Ja. Wir haben Y-Portal. Und ein Z-Portal sind belegt. Wir haben ein X-Portal. Sag mal her. Gehen wir da hin. Das müssen wir jetzt umbenennen. Da hast du recht. So geht das nicht. Das geht auch nicht. Das X-Portal ist doch das. Am. Asch der Welt. Das. Wurden wir sagen. Das brauchen wir nicht mehr unbedingt. Aber das lassen wir erst mal. Weil abweisen geht ja sowieso nicht. Ja. Dann nennen wir das um. Und dass du bis zum Blutportal läufst. Wie nennen wir das denn? Sumpf 3 oder was? Ja. Wir haben wir glaube ich schon. Da bin ich nicht alles täuscht. Ähm. Nenn das mal. West 1. Ostzumpf. Oder ist das Dürfeanland. Ostzumpf. Von mir alles. Der berühmt Ostzumpf. Und ich geh hoch. Ich kann nur den Ostwind X. Den alten Klapp ergehauen. Ostzumpf. Okay. Ostzumpfch. Ach, das wollten wir übernennen, da gab es auch schon was in Mengen. Was warst denn gleich? Nicht ein Klassiker, jetzt ist es jetzt auszummen. Auszummen. Nee, das ist nicht, ob das da gab in rauen Mengen. Das ist falsch. Beim Y gab es in rauen Mengen. Und zwar, die... Moment, lassen Sie mich hier durch. Ihnen gab es Feuerköppe und dann... Upsumänner, die Feuerköppe, genau. Und das Blutportal, wo geht denn das denn? Das haben wir doch schon. Geht denn? In Blut. Ahnung. Ach, das hier draußen. Hier ist Kurs. Das haben wir einen Kurs unbenannt. Das ehemalige Y-Berweiß, ehemalige. Wartest du hier? Wo bin ich hier? Da komm ich ganz gerne raus, der sich gebaut hat. So. Hier liegt ein Schiff. Ein großes. Ein Y-Großes Schiff. Weil du noch eins gebaut hast. Achso. Da oben. Ja, das ist schön. Aber an für sich ist hier auch Dreck Plains, Kollege. Hier ist Plains. Hier ist Plains. Und dann sind wir da hochgesiegelt. Na, da können wir ja dort erstmal gucken. Dann können wir hier erstmal gucken. Dann kommen Sie. Dann nennen wir das hier... Das ist jetzt... gerne benennen. Äh... Motor. Einfach. Weil da sind wir zum Motor gelatscht. Und dann wissen wir... ein Motor Zeichen ist ja immer noch da. Aha. Was, 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 was? Motor. Bei Motor ist es Z-Portal eigentlich. Das ist hier... Das ist Y-Fucking-Portal. Ich bin noch gerade durchgelatscht. Ja, aber Motor ist ein extra-Portal. Das heißt Z. Da oben ist ein Bär. Achso. Nein, das heißt ja Silber. Egal. Mach mal unten das... Oder was weiß ich denn. Wenn... Soll ich Motor Strand nennen? Oder was? Egal. Wie so... Motor Strand. Ein Wort großes M. Motor Strand. Mit großem N? Mit großem M. M. D geht nicht mehr hin. Und dann müssen wir das D weglassen. Hä? M. 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 stand ist ja sie hat doch die heißen gleich ist der motor stand wenn ich also ich habe es motor stand genannt jetzt connected aber nicht das ist ja egal aber wenn ich nennen wird man einfach nur mal y großes y um zu gucken dass das bestimmt legen geschrieben aussehen oder auch mann nicht connect alter schweden dann leistet halt y kommen jetzt dadurch habe ich schon zu voraus haben sein ich einfach y 1 ja auch noch kommen wir haben nämlich noch mann zwei und connect die heilung die sonne geht unter weil er sich mein essen wird leer hab ich doch 15 minuten ist zu länger du machst dann habe ich nur 14 ich versteh das schon da noch mal rüberkommen wenn sie wünschen rüber hinter ich verscheuke jetzt gleich wird es nämlich nacht ja ja dort macht seniorita so attacke hier wenn ich mein portal moment brennen wir nicht gut weil man das sind schon mal gut bin ich nass wieder eine andere rüstung an ich bin da jetzt lieber den richtigen helm auf habe ich engel ist er ja nicht geht doch gleich los als die hirsch versammlung eine schwanz ruhig rente hinterher und wie mir entweder den das trägt man so ein haus tutschke weg mal erobern dacke erst mal hin guck mal pull einfach mal mal sehen was kommt da lacht doch schon eben schon wieder lacht das schön dass wir schon gesehen sind von außen wem hier ein lachen wie immer von dem ja schon gesehen den hast du halt mitgebracht von vorhin habe ich sagte läuft der schwanz durch hinterher jetzt nicht mehr gesehen was schießt denn auf denen da kommt kommt einer ein fußgänger bei feed der haus über dir geh doch mal weg mit dem kann doch nicht zielen schön der ist so blöde da kommt nicht runter alter was der aushält ist der vierte pfeil jetzt muss jetzt wer jetzt kommt er da ist eine fliege ein stammengeneral und lassen wir kommen jetzt wird er ein stammengen naja scheiße hast gestochen bei meinem dritten schlag exakt weggeschippt dass das dritte den doppelten schaden nicht gebrochen hat das ist ich kann dir sagen du schickst du schubst die in reihe weg mit deiner klopperei also hier auf dem haus fliege 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 weg holst jetzt die hütte mit wie die nacht überlegen platzic ackeldräger kommen also ein siebiger flach suchen das mann fallen können Bist du drinne? Ja. Ich seh ihn, warte mal. Warte, warte, warte. Warte mal, lass mal so. Mach doch ja nix, warte mal, warte mal. Ja, der stand bald so schön, dann bist du eh nicht so, um es gar nicht mehr so schön. Ich hab ihn getroffen. Ja. Da kann ich runter. Ich bin als Gift cool. Mann, über Bord. War das der letzte? Nö. Hörst du nur einen lachen? Nee, hahaha. Haha, jetzt hörst du. Da steh ich da. Hopp. Zwei sind. Ne, da kannst du nicht hinschießen. Wenn ich so schieße, äh... Hipp. Nee, geht nicht. Ich schieße entweder an das Ehen oder an das Ehen. Er kommt runter. Er ist unten. Er machte alles kaputt. weg Wir haben nicht. Entschuldige, veranda list. Abrissammuer. Mit der Abrissbronne, kommt da. Da ist der andere. Oder soll man noch ehmuer? Hehehehe, hehehehe, hehehehe. ist kein brot auch ohne fall ja auch schon weil der brett weg ist mal licht an hier komischer turm geht halt irgendetwas da liegt mal was grün leuchten ist da oben ja das ist das metall ich komme dann nicht nur holen würde besucht ist ja ich bin da ja metall hier sind wolkenbären die flüge schlagen und kinder unsere hütte eingenommen hier geht es ins gebirge attention ausrichtung süden hab die fackel schon gesehen drei mann hier den fackel müssen wir zuerst kühlen willst du hier im haus drinnen bleiben ja wenn ich runter falle und wenn ich konzentrieren kann ja wir kommen kommen sie hoch wünschen schaffen die die treppe weiß ich nicht dumm dödel mal verdammt haben wir gleich dusselig ne also gibt es nicht kann sein der helf springt jetzt runter kommt noch jetzt wir sind wir sind hinzielen musst du so ganz anders hinzielen wie ich da schieße jetzt ist da ausdauer ja dann hau ich mir den hammer rein oder was was willst du denn ist das genau das was ich hab das haus kaputt das stimmt na gut dann warte ich mal hopp uah wo muss ich herein hehehe also langweilig ja also da muss das haus halt nur bloß aushalten jetzt bleibt es ganz frei ja tisch nicht hier stehen ist gut ist gut ist schon tot ja jetzt da ist alles alles kaputt fliege put noch mal ohne vorschein einfach nicht hehehe hehehe dann da müsste mal jemand eine treppe dran bauen du bau doch in holz nach dem holz hacken ja hast du holz ab also werkbank werkbank steht ganz oben achso dann brauchen wir die schon mal nicht hab schon wo weißt du dich um hingestellt du bist so klug Herr Helmström sehr genau wo passt das gar nicht ja ja du hast ein riesenglück hehehe hehehe so entschuldigung aber es fällt mir gerade auf wir haben schon wieder 37 minuten erreicht Herr von unserer Dschutschke ich werde mal kurz hier die drum hoch gehen und die runde beenden da draußen ist gekloppe in diesem sinne sei schnell bis zum nächsten mal habe die erde bis denn tschüss 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 tschüss